Liebes Tagebuch. Endlich ist es wieder soweit. Wir verinnern unsere Ferien auf dem Camping. Wir sind ankommen und haben gerade alles ausgepackt. Der Campingplatz ist mega gross. Es gibt sehr viele coole Dinge zu entdecken. Luke und ich waren mit Mama und Papi auf dem Boot. Wir sind hin und her gefahren mit dem Boot. Das war lustig. Auf dem Ausflug konnte ich Mama die Altstadt bewundern. Aber mir war es langweilig. Dafür konnten wir nachher nur ein Glas inschlecken. Im Wald habe ich und Luke mit dem Papi Stücke gesucht, um zu brödel. Ich habe ihn geschnitzt und der Papi hat sich fast geschnitten. Ich bin Chef. Mama hat uns geholfen. Wir haben das Feuer vorbereitet und haben alle das Essen vorbereitet. Wir sind an Feuer gesucht bis dunkel ist und haben gegessen. Hoffentlich wird es nächstes Jahr wieder genauso schön. und das wäre es nicht so schön. Ich bin im Wald. Ich bin ich es noch nie sehr, Ich bin es noch nie.